Liebe evangelische Kirche, ich bin fassungslos. Ich bin es leid zu diskutieren, im Auto, im Supermarkt, auf dem Fahrrad, mit euch. Ich muss das jetzt mal loswerden, ich kann es nicht fassen. Ich dachte, ihr werdet die allerletzten Menschen auf diesem Planeten, die eine KI integrieren. Die sagen, super, wir machen ein Event, wir machen einen Gottesdienst, den eine künstliche Intelligenz hält. Ja, es war nur eine von 2000 Veranstaltungen auf dem Kirchentag in Nürnberg, aber ihr habt das getan. Freiwillig. Euch hat keiner dazu gezwungen. Irgendjemand hat es abgesegnet. Das müssen mehrere Menschen gewesen sein. Hat abgesegnet, dass der Gottesdienst von einem Roboter gehalten wird. Ich dachte, ihr werdet mit die letzten Menschen, die noch wüssten, dass Sprache etwas anderes ist als Information. Ihr könntet ihr auch einfach Zettelchen verteilen. Dann soll doch jeder die Bibel lesen und die Sache ist geritzt. Nein, so funktioniert das nicht. Das ist nicht eure Aufgabe. Ihr sagt, ihr verkündet oder vermittelt das Wort Gottes. Mit einem Roboter. Wirklich. Ich bin Rezitatorin. Mein Beruf ist es, Gedichte zu sprechen. Und daher weiß ich, seit jetzt über 20 Jahren habe ich das am eigenen Körper erlebt und erfahren. Sprache ist innere Haltung, ist der Blick auf die Welt, ist alles, was ich in meinem Leben gesehen, erlebt, erfahren habe, was meine Eltern erlebt, erfahren haben. Sprache ist alles, was ich möchte. Das sind meine Lebensziele. Das ist das, was mir wichtig ist. Das ist mein Humor. Das ist meine Angst. Da steckt alles drin. Wenn ich spreche, dann zeige ich mich. Und ich gehe in Kontakt. Denn ich zeige mich dir. Und wenn du das jetzt hörst, dann sind es nicht die Worte, die dir etwas vermitteln, sondern es ist meine Haltung. Und in diese Haltung fließt alles mit rein. Wir geben so viel auf, wenn wir das in die Hände eines Roboters legen. Freiwillig. Ohne Zwang. Ohne Not. Das ist kein Fortschritt. Das ist absoluter Rückschritt. Ich weiß nicht, wohin. Wohin soll das führen? Ja, es war nur ein Experiment. Wir probieren es mal aus. Ja, aber jetzt ist es in der Welt. Ihr seid nicht die Ersten. Aber wir haben mitgehalten in Deutschland. Super Land, der Dichter und Denker. Wahnsinn. Was die KI in Karlsruhe in der Kita betrifft, die mit den Kindern Lieder singt und Bewegungsspiele macht. Ich kann gar nicht sagen, wo mir das überall weh tut. Was ist das? Jeder, der Kinder mal gesehen und erlebt hat, weiß, dass Kinder abnehmen von ihren Vorbildern. Und bei einem Lied zählt nicht die Melodie und der Text, sondern es zählt, wie dieses Lied gesungen wird, mit welcher Freude, mit welcher Begeisterung, mit welchem Schmerz, mit welchem Rhythmus, mit welchem Klang. Wie ein Mensch etwas transportiert, interpretiert, sich zu seinem macht. Nur das zählt, weil das schafft Verbindungen. Und das ist wahrhaftig. Wenn wir anfangen, Kindern das zu nehmen und eine Maschine, diese unliebsabe Aufgabe übernehmen zu lassen, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, wo das hinführen soll. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen. Wenn die so singen oder küssen mehr als die Tiefgelehrten wissen. Wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben. Wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden gatten. Und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten. Dann fliegt vor einem geheimen Wort. Das ganze verkehrte Wesen fort. Im Urbeginne war das Wort. Und was macht ihr, ihr läutet? Das Ende ein. Oder was soll das sein? Ich verstehe es nicht. Kann es mir irgendjemand erklären? Euer Anna Magdalena. Ciao.